Alles klar, Jungs? Legen wir los! Mutanten sind die Cools? Also, Leo ist der Anführer? Wir brauchen einen Plan! Hab' wieder Muskelprotz? Ich hab' ne Menge Frust rauszulassen! Dann Donny, der Schlau-Kopf! Seh' ich für dich aus wie ein IT-Service? Du versprühst den Weib! Papa, was ist mit dir? Was hast du drauf? Ich bringe das gewisse Etwas ins Spiel! Party over here! 1, 2, 3! Wie, ob das schon in den Beusten ist? Ich hab' sowas noch nie ohne meine Brüder gemacht! Ihr seid mir in die Falle gegangen! Denn ich bin Bischof! Nur ein Name? Das ist ja cool! Hol' sie euch, meine Mekka-Zeus! Okay, Schrottkiste! Du willst was auf die Schalkreise? Wir sollten noch mal drüber regnen, bevor es eskaliert! Und auf geht! Alle Mutanten müssen vernichtet werden! Haben sie gesagt, sie wollen uns auslöschen? Ich muss zu meinen Brüdern! Sie brauchen meine Hilfe! Wenn irgendein Stress anstehen sollte, gibt es nichts, was wir zusammen nicht hinkriegen! Was ist denn das jetzt wieder für ein Ding? Einer sollte sich das genauer ansetzen! Ich nicht! Was? Die Party hab' ich völlig verschwitzt! Ich hab' doch kein Kostüm! Na ja, Real Talk, Leo! Dein ganzer Look ist quasi im Kostüm! The Bigger, the Bang! 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 Vielen Dank.